Und wir kommen zum zweiten Part des Let's Flash 2. Yeah, mit Alex und Roma. Wow. Oh, ich hab grad was Schönes gezogen. Ey, warum? Ach, das geht erst auf die Weile drauf, die Behindert. Ja, immer. Das ist ein kleiner Dieb, ey. Oh, ich hab gewonnen. Die Range ist auch verkackt. Na, dann müssen wir zum nächsten Mal.